Hallöchen und Servus YouTube. Willkommen zurück bei Far Cry Primal. Wir stehen auf über dem U-Damm-Lager und dort sollen wir jetzt die Typen alle einmal richtig zerfetzen. Das tun wir ganz einfach, indem wir hier diesen schönen Knochenbaum zerstören. Hoffentlich die Typen auch schon ein bisschen kalt machen. Wir haben ja eigentlich genug... genug Waffen. So Freunde, das war, ich würde mal sagen, richtig gut. So, der nächste ist down. Ja Freunde, so muss das sein. Gut gekämpft, mein Freund. Gut gekämpft. Ist das der erste scheiß Knochenbaum schon zerstört? Ne, immer noch nicht. Ja, gibt's das? Soll ich mich vielleicht erstmal komplett heilen? So. Ja Freunde, wie zerstören wir an das Ding? Ach so. So einfach, okay. Doch, so einfach. Boah, den hat's gut gestreckt, Freunde. Mann, war der schön. Also, unglaublich, wie gut man trifft, obwohl man nicht direkt hundertprozentig treffen muss. Also, es ist wirklich cool. Pfeil ist, finde ich, einfach die beste Waffe. Auf die Distanz. Wird wahrscheinlich nichts Geileres geben, als das, glaube ich mal, ziemlich sicher. Jo, und ansonsten, äh, zerstören wir mal den... Äh, das Ding ist immer noch da, okay. So, jetzt ist es down. Knochenbaum Nummer zwei ist zerstört. Oh, die Takedowns, Freunde, die sind wieder genial in dem Spiel. Und neue Fähigkeiten haben wir auch freigeschaltet. Und zwar auf der Seite von... Oh, Sammelsachen. Holzstücke, Steine und andere Dorfstoffe. Oh, geil. Mehr Holzstücke, Steine, Schülfton und Steinstaub. Das finde ich auch cool. Das sind alles sehr hilfreiche Sachen, die ich unbedingt lernen möchte, Freunde. Was, wir können gleich zwei Level aufsteigen, noch besser. Das ist super. Und jetzt hoch zum letzten Typ. Ach, der ist tot. Okay, gut. Hätten wir das geklärt... Ich hole mir derweil mal nochmal ein paar... Ein paar Gegenstände von den Typen. Okay. Hier können wir nicht viel finden, glaube ich. Ach, der ist doch eh gar nicht verletzt, Mensch. Und ich zerstörte den scheiß dritten Knochenbaum hier. Ah, okay. Gebt mir ein Speer auch, das wusste ich nicht. So. Wer ist Ihr Problem? Da hinten kommt noch einer. Ein Udam. Komm schon. Aber wir sollten uns mal ganz schnell heilen. Sonst sind wir so gut wie tot. Und die Mission ist endet, Freunde. Sehr schön. Jawohl. Das wäre geschafft. Also, es ist gar nicht leicht, Freunde. Es ist gar nicht leicht. Das wäre geschafft. Zaja, Halko Udamari, Windja-Maruah, die schnell die Ohnapp Oh, der ist beieinander, du. Halleluja. Ul's Wut, der Kampf um Moros beginnt. Hui. Hört sich sehr heftig. An. Okay, M, um das Card-Menü zu öffnen, vermisst er, wenn er mit einziger Art und Fähigkeiten, wurden zuletzt in den markierten Gegenden gesehen. Achso. Oha. Das ist ein großer Bereich, behaupte ich jetzt mal. Ah. Aber wir haben noch hier eine Mission, sehe ich das richtig? Oder täusche ich mich da? Eigentlich nicht, oder? Nee. Hier wäre nur das Upgrade, aber ansonsten ist da doch keine Mission mehr. Okay, wir können jetzt ein paar neue Sachen machen. Und zwar können wir uns auch via Lila-Blatt, Blau-Blatt und Süd-Pur-Pur-Blatt heilen. Heilung, zwei Gesundheitsbehalten, Sprint ist 300, bisschen schneller, kannst schneller schwimmen und so weiter. Ich finde, das ist super. Wir hatten auch fast keine Sachen mehr. So. Ach, da drüben. Doch, wir müssen sogar zu ihr und können da eine Mission annehmen. Das tun wir auch gleich mal. Ach, da drüben, Peutliche. Ach, nee. Oh, nee. Ich will trotzdem nichts davon. Nein, danke. Das sag ich doch. Wie es durchgefallen ist. Aha. Na ja. Einen guten, würde ich sagen. Einen guten. Und wieder unterwegs, Freunde. Diesmal als Mammut. Ach, ist das diese erweiterte Mission? Nee. Wohl doch, könnte es sein. Kämpfe als Mammut. Okay. Das war's. Ah, komm, du scheiß Vieh. Naswarn-Geist. Oh mein Gott. Was macht er denn? Ich check das nicht. Was will der denn von mir? Ich drück die ganze Zeit linke Maustaste und er von dort passiert nicht viel. Da ist wohl ein Sammelruf geschickter. Komm, du ne scheiß Naswarn, komm. Ah, geht doch. Oh, und. Ah. Er erwischt. Gut, Freunde, weiter geht's. Das Leben füllt sich weiter auf. Scheint trotzdem hier nicht einfach zu sein. Das Tier rennt aber schon ein bisschen simpel rum. Das muss ich sagen. Oh, scheiße. Halleluja, Freunde. Das war episch. Naswarn in der Umgebung. Da oben war keins, oder? Ach, da ist eins. Ich seh keinen Naswarn mehr. Oh, Glück im Unglück. So, war's das jetzt? Scheiße, das Ding wirft ja auch noch Felsen. Ah, ey. Jetzt geht's da auch noch runter, Freunde. Ah, das ist ein Trip, du. Ah, das ist ein Trip, du. Ich seh dich, du scheiß Vieh. Oh, das ist wieder so viele. Meine Güte. Alter, ihr Drecksviecher. Nein! Wie ging das denn jetzt? Freunde, unglaublich. Weiter geht's in der nächsten Folge. Bis dann.